Musik Kaum in München angekommen, schon steht Markus Söder für ein Foto bereit. Der Finanzminister ist ein gefragter Mann. Auch für Wolfgang Mayer, der auf über 50.000 Fotos mit internationalen Stars zu sehen ist. Gesichtet wurden auch Caroline Reiber und Johannes Singhammer. Das ist der Herr Mayer, der hat mit Klaus Kinski gedreht. Ja, ich weiß schon, die haben mir den Druck geschenkt. Mittlerweile sind sogar die Promis stolz auf ein gemeinsames Foto.